Was geht ab, Leute? Ich bin wieder da, Digga! Und zwar habe ich nachgedacht, so, ich habe ja Tonverändert oft geschaut, früher, und, äh, sein Schneiderstil hat mir immer sehr gefallen. Und deswegen dachte ich mir, äh, Bekir, geh mal raus, Digga, ich bin mitten im Video! Boah, alle ab und... Warte, du auch raus! Wir sind hier nicht in Alexanderplatz, geht mal raus! So, also, wo war ich denn ge... Ey, geht doch auch, Mann! Leganko! Wo war ich denn... Ah, ja, genau. Und zwar wollte ich jetzt eine, äh, Tonverändert-Parodie machen, weil ich mir dachte, okay, ich kann den auch mal nachmachen. Aber Spaß beiseite, schaut mal meine V-Bucks an, 360 V-Bucks, oder Xbox 360, oder was? Werde ich jetzt eine Parodie machen, zu Tonverändert-Videos? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich es gut gemacht habe, oder nicht, oder ob es reinges***ten war. Und ja, fangen wir an. Was geht ab, Leute? Magit33 ist wieder mal am Start. Und wenn ihr Ehren meiner seid, geht ihr jetzt in den Item-Shop und gebt ein, Magito-Mermiflow, für witzige und lustige Videos, und, äh, damit ihr immer... Bro. Warum sendest du mir eine Anfrage, Bruder? Ich bin... Ah, ich bin jetzt bereit. Woo! Spider-Man. Woo! Dann suchen wir jetzt mal eine Runde Solo. Bye! Bye! Puh! Da bin ich, seht ihr das? Da habe ich mein Haus angezündet, ich habe Ding. Ich habe Sujuke in Ofen vergessen. Da ist mein Auto. Motto AMG, Bruder. Was ist das für ein Karre, Bruder? Was habe ich für ein Auto? Auf jeden Fall, ihr wisst, ich bin jetzt werbefreundlicher. Ich freue mich auch persönlich, jetzt werbefreundlicher zu sein. Denn ich mache das alles nur für meine Fans, Leute. Und ich hoffe, ihr lasst ein Abo da und lässt die Glocke aktiv. Aber man, das hängt ja richtig. Ey, wie geht's dir, Bruder? Wie geht's dir? Mal sehen, was auf mich zukommt. Ich hoffe, ein anderes Spiel kommt innerhalb. Ich habe keinen Bock mehr. Jeden Tag Fortnite alle. Oh mein Gott, wie viele landen hier. Ich komme mir vor wie Istanbul Marktplatz. Jetzt seht ihr auch, ob ich besser geworden bin. Alle sagten ja, du bist schlecht und so. Ich habe mich so verbessert, ihr habt gar keine Ahnung. Passt auf, wenn ich den nicht hole, bin ich ein Hund. Wenn ich den nicht hole, bin ich ein Hund. Auf Ansage. Der ist oben, passt auf. Wenn ich den nicht hole, bin ich ein Hund. Ist der jetzt drinne, Bruder? Ich höre Schritte. Er ist drinne. Den hole ich mir. Ui, der schwitzt. Ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch gesagt. Ich habe ein Trampolin. Warte mal. Er ist auf Dach. Der will mich verarschen. Der ist auf Dach, Leute. Der ist auf Dach. Ich weiß das. Nein! Nur wer andere abknallt, überlebt. Zumindest online. IRN47. Nächstes Spiel wird 100% ein Sieg. Auf Ansage. Auf Ansage. Ein richtiger Mann landet. Ein richtiger Mann landet Haunted Hills. Spaß, Bruder. Ich lande. Ich lande tilted. Chillt eure Nuggets. Warum bist du fliehen? Warum bist du fliehen? Denkst du, du kannst von mir fliehen? Niemals. Ich kriege dich. Oha, das war direkt Headshot. Schnell Waffen. Ah, falsche Taste. Der kommt, der kommt. Und schaut euch mal meine Axt an, Bruder. Ich bin Arzt. 62. 61. Oha, oha. Hört ihr das? Ey, warte mal. Ich weiß jetzt gerade nicht. Stopp mal, stopp mal. Stopp mal. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Mein Aim wird 100% sein. Ich habe noch nie so schlechtes Aim gehabt. Noch nie. Kommt. Kennt ihr das? Ich habe Kamera nicht an. Und dann? Ich bin der Beste. Aber ich mache einmal Video. Auf einmal bin ich richtig schlecht. Kennt ihr das? Jetzt denken alle, ich bin richtig schlecht. Alle. Richtige Blamage. Schade. Dieses Mal hole ich den Sieg. Safe. Wenn ich safe sage, meine ich safe. Oh mein Gott. Wie viele landen hier? Bruder, was machst du? Hier geht doch Basketballplatz zurück. Lecker le, Bruder. Ey. Komm zurück. Kiste war offen. LeBron, was machst du hier? Was geht dich dann an? Was geht dich dann an? Brr. Habt ihr gesehen, wie schlecht der war? Habt ihr gesehen, wie schlecht der war? Gott, der guckt gerade zu. Was machst du? Der macht richtig Auge gerade. Nein, also Spaß beiseite. Ich bin wirklich besser geworden. Ich zeige es jetzt wirklich. Jetzt Spaß beiseite. Ah, wartet. Voll viele von euch haben sich mein Intro zurückgewünscht. Wollt ihr mein Intro sehen? Jetzt schauen wir mein Intro. Los geht's. So, war schön. Weiter geht's, hatte. Seht ihr irgendwo? Gegner. Da hinten, da hinten. Der baut Baum ab. Oh. Was ist hier los, Bruder? Bin ich zweitweltgeber? Oha, oha. Stellt euch vor, ich... Entschuldigung! Hammer! Hammer, Bruder Ache! Was passiert? Oh, lecker. Lecker, ey. Wie Red sagen würde. Apo, Apo. Das heißt Red. Apo, Apo, Apo. Das heißt Red. Wollte gerade jemand sich zu mir hochbauen, oder bin ich ein... Wisst ihr was? Ich spiele jetzt richtig ernst. Ich habe keine Lust mehr auf diese Filme. Ich spiele jetzt richtig ernst. Da unten ist eine Kiste und da ist... Ist da gerade was passiert? Was zum... Ich höre die ganze Zeit Sachen. Ich töte dich! Oh mein Gott! Der kommt. Oh ja, der kommt, der kommt. Das ist die schlimmste Runde in meinem Leben. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann gerade. Die denken jetzt alle, ich bin schlecht. Die denken jetzt alle, ich bin schlecht. Send den Apion, oder Magiriosen, mitten in Aufnahme. Was machst du, Bruder? Ich drehe durch, aber nach oben. Ich glaube diesmal... Ich lande in der Hölle. In der Hölle. Obwohl, lieber nicht. Ich will lieber nicht da landen. Mir ist aufgefallen, wenn ich rede und zocke, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Dann bin ich richtig schlecht. Guck mal, ich sage jetzt extra, damit die nicht denken, ich bin schlecht. Ich bin auch nicht schlecht. Warum mache ich mich immer so... Ich bin gar nicht schlecht. Passt auf. Seht ihr das? Passt auf, wenn ich den nicht hole, bin ich ein B***er. Habt ihr gesehen? Ich höre Geräusche. Easy. Diesmal wird der Sieg geholt. Ich spüre etwas. Aber ihr wolltet Merch haben. Hier habt ihr Merch. Merch ist hier vorne, Bruder. Ihr geht hier rein. Seht ihr? Hier ist mein Merch. Das ist die Dinner. Gefällt euch das? Wenn ich diesmal keinen Sieg holen, Bruder. Ich habe wirklich gute Gefühle. Leute, wisst ihr, wo ich gerade bin? Es gab ein Update. Ich bin jetzt auf dem Mars. Könnt ihr das sehen? Spaß, Bruder. Das war nur Kaffee. Jetzt wird erstmal getrunken, Bruder. Meine Frau ist weggegangen. Ich muss jetzt trinken. Da kommt. Passt auf. Damit hat ihr nicht gerechnet. Passt auf. Was ist wohl da drin? Nein, das will ich nicht haben. Nein, das will ich auch nicht haben. Nein, das will ich auch nicht haben. Wenn ich nehmen muss, nehme ich einfach das da. Guck mal, ich will euch jetzt eine Geschichte erzählen, ja? Story Time mit It's Asi TV. Und zwar... So, ich spiele ja das... Ich spiele ja Fortnite seit Season 1, okay? Und es gibt etwas, was ihr nicht wisst. Und zwar erzähle ich euch, wie das entstanden ist. Diese Katastrophe. Also, als erstes ein Asteroid auf diesen Punkt gefallen. Das ist da. Boom, hat es gemacht. Das war so gefährlich und schlimm. Dann war da ein Metroid... Nee, dann ist der Metroid auf Boden gekommen. Oder? Ich kann das gar nicht lesen, Bruder. Ich glaube, ich brauche Brille. Dann hat sie kaputt gegangen. Jemand ist hier. Da! Wenn ich den Sniper 50.000 Euro gebt, ihr mir. Nein! Also, ey, ich sag dir, ich raste immer so aus. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen leiser. Ja, okay, den hole ich noch. Easy, Digga. Der ist ja richtig schlecht. Leute, alles gut. Alles gut. Ich bin in Aimen viel besser als in... Ich bin in Aimen viel besser als in Bauen. Chillt. Chill, chill. Hab ihn. Chill. Chill. Ich hab euch doch gesagt. Alles gut, Digga. Ein paar Sekunden später. Ey, da auch! Hm, von da auch! Ich bin in Aimen viel besser als 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 in Aimen